Mein Name ist Sven-Stefan Ebert, ich bin der Vorsitzende der SOSFA-EG. Unsere größte Erfolge im Jahr 2013 war der dritte Platz im Regionalliga-Pokal, der Aufstieg in die Regionalliga und der Gewinn des Kreispokals. Mein Name ist Burkhard Höcker, ich bin Trainer der SOSFA-Eishockey-Gemeinschaft. Unser größtes Ziel im Jahr 2014 war der souveräne Klassenerhalt, den wir schon erreicht haben. Alles Weitere ist jetzt für uns ein Zugroth, wir möchten möglichst weit noch in den Regionalliga-Pokal kommen. Vielen Dank.